Hallo liebe Formel 1 Fans und MSM Freunde. Es ist Halbzeit in der Formel 1 Saison 2022 und das bedeutet, es ist an der Zeit für uns einen Blick auf die Silly Season zu werfen und zu schauen, welcher Fahrer fährt 2023 in welchem Team. Bevor es aber soweit ist, ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache von uns, denn nicht nur die Teams suchen vielleicht Verstärkung, sondern auch wir und du könntest da mit dabei sein. Solltest du also gerne Pressemitteilungen schreiben oder journalistische Artikel verfassen, solltest du gerne Videos vor oder hinter der Kamera produzieren oder an Content Management, an Social Media Betreuung oder an der Entwicklung von spannenden, kreativen, witzigen Ideen für Kampagnen interessiert sein, dann sollte dir klar sein, dass wir unbedingt mit dir sprechen wollen. Send uns einfach deine Bewerbung an info.motorsport-magazin.com Und jetzt schauen wir, welche Bewerbungen die Fahrer für die zehn Formel 1 Teams bislang abgegeben haben. Den Anfang machen die drei Top-Teams der letzten Jahre, bei denen bereits alles fix und fertig ist. Die Verträge sind unterschrieben und wir können das Ganze ganz schnell abhandeln. Los geht's dabei bei Red Bull. Weltmeister Max Verstappen hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Sergio Perez vor kurzem einen Vertrag bis 2024. Alles klar bei Red Bull. Weiter geht's mit Ferrari. Dort haben beide Fahrer einen Vertrag bis 2024. Charles Leclerc hat schon seit längerem einen langfristigen Vertrag. Und bei Carlos Sainz war auch vor ein paar Wochen es soweit und er konnte eine Unterschrift unter einen Vertrag setzen. Bei Mercedes hat Lewis Hamilton im vergangenen Jahr zwei Jahre verlängert. Bedeutet, er wird bis mindestens 2023 bei Mercedes bleiben. Verlängerung für darüber hinaus ist noch lange kein Thema. Jetzt geht's erstmal für das Team darum, das Auto zu verbessern und wieder dahin zu kommen, wo sie sich eigentlich selbst sehen, nämlich an der Spitze. Deswegen da aktuell keine Diskussionen. Hamilton wird erstmal abwarten. Sind die Silberpfeile im nächsten Jahr besser und wieder da, wo er sie haben will? Dann kann er sich überlegen, will er weiterfahren oder nicht? George Russell hat ohnehin einen langfristigen Vertrag. Bei den drei Top-Teams also alles in Butter. Dann haben wir zwei Teams, bei denen eigentlich alles klar ist, aber noch nicht offiziell verkündet. Einerseits Alpha Tauri, da wurde verkündet, dass Pierre Gasly im nächsten Jahr auf jeden Fall bei der Truppe aus Faenza bleiben wird. Und bei seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda, da ist es noch ein bisschen offen. Einerseits sagt Dr. Helmut Marko, es wird wahrscheinlich sich nichts anderes tun und es wird so bleiben, wie es jetzt ist. Er wird weiterfahren. Dafür spricht die Verbindung zu Honda, die ja immer noch gegeben ist bei Red Bull. Und die würden natürlich weiterhin gerne Yuki Tsunoda in der Formel 1 sehen. Dagegen spricht so ein bisschen, dass die Leistungen etwas schwankend sind und dass er auch von Dr. Helmut Marko ein bisschen als Problemkind bezeichnet wurde, weil er ja doch ganz gerne mal am Funk ausflippt. Aber ansonsten können wir wohl davon ausgehen, dass es so bei Alpha Tauri weitergehen wird. Zumindest auf dem Papier können wir auch davon ausgehen, dass es bei McLaren so weitergehen wird. Lando Norris hat ohnehin erst einen langfristigen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Bei Daniel Ricciardo ist eigentlich auch klar, dass er bis 2023 Vertrag hat. Allerdings wird da ja doch immer wieder diskutiert, denn seine Leistungen waren in diesen bislang anderthalb Saisons bei dem Papaya-farbenen alles andere als das, was das Team erwartet hat und was er erwartet hat. Jetzt geht es darum, beendet er diesen Vertrag bis Ende 2023? Daniel hat das diese Woche nochmal extra betont, nachdem ein paar Gerüchte aufgekommen waren. Er sagt, er will seinen Vertrag erfüllen. Bei McLaren kommen vielleicht hin und wieder so ein paar Schwingungen durch, dass man durchaus drüber nachdenkt. Zach Brown hat vor einigen Wochen gesagt, bislang sind wir nicht zufrieden, wie es gelaufen ist. Das liegt unter den Erwartungen, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Der Vertrag ist da, aber in der Formel 1 bedeutet das natürlich nicht, dass er nächstes Jahr 100% bei McLaren fahren wird. Welche Alternativen gäbe es denn für McLaren? Da gibt es einerseits dieses Indy-Kart-Trio, das sie sich gesichert haben mit Award, mit Hörter und mit Palu, jetzt seit neuestem, seit dieser Woche. Die dürfen ein Vorjahres-Formel-1-Auto testen, allerdings haben die doch noch einen langen Weg, um zu sehen, dass sie in der Formel 1 wirklich Rennen fahren. Die werden dieses und nächstes Jahr dieses Auto testen, McLaren sich auswählen. Auf wen könnte man sich konzentrieren, vielleicht mal ein freies Training fahren, aber mehr auch nicht. Die sind für 2023 meiner Meinung nach noch keine Alternative. Aber dann gab es am Wochenende Gerüchte, dass vielleicht Oskar Piastri schon zu McLaren wechseln könnte, anstelle bei Alpine zu bleiben und da aufzurücken, oder bei Williams, wo es auch zuletzt darüber spekuliert wurde. Die Frage ist, will Alpine wirklich an einen direkten Konkurrenten, momentan beide punktgleich, einen Topstar für die Zukunft, den sie sich herangezogen haben, ausleihen? Und will McLaren nur vielleicht für ein Jahr diesen Fahrer im Auto haben und dann einen Wissenstransfer zur Konkurrenz haben? Deswegen ist das Ganze sicherlich auch fraglich. Daniel Ricciardo hat die Karten, er hat den Vertrag, aber er muss, glaube ich, demnächst noch ein bisschen Leistung bringen, sonst wird uns diese Diskussion noch etwas länger beschäftigen. Und jetzt haben wir noch eine ganze Reihe an Teams, bei denen noch nichts wirklich bestätigt ist und keine Verträge im Place sind. Zumindest nicht bei beiden Fahrern. Wenn wir schon von Piastri gesprochen haben, machen wir an dieser Stelle doch gleich mit ihm weiter und mit Alpine. Esteban Ocon hat einen Vertrag bis 2024, Fernando Alonso, der Vertrag läuft in dieser Saison aus. Und es könnte sein, dass er verlängert wird, es könnte aber auch sein, dass Piastri zum Werksteam aufsteigt. Allerdings bei Alpine gibt es so ein bisschen die Schwüngung, sie würden ihn gerne woanders lernen lassen und nicht beim Werksteam von Alpine direkt einsteigen lassen. An der Seite von Esteban Ocon, da müssen Sie jetzt schauen, bringen Sie ihn bei Williams unter, wie es lange diskutiert wurde oder ist jetzt doch diese McLaren Option tatsächlich vorhanden? Oder was machen Sie mit ihm? So viel Aufwand, wie Sie investieren, die Testfahrten und alles, was er dieses Jahr für Alpine macht, das muss sich natürlich rentieren. Das heißt, Sie wollen ihn in die Formel 1 bringen und er sagt auch ganz klipp und klar, ich bin bereit für die Formel 1. Ich will da nächstes Jahr in der Startaufstellung stehen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie er vorbereitet wird von Alpine und was er selbst zu sagen hat, wir haben ein schönes Exklusiv-Interview und einen Tag lang ihn bei den Testfahrten in Spielberg begleitet. Das lest ihr in unserer aktuellen Ausgabe 85 des Motorsport Magazins. Schnell bestellen, Link ist in der Beschreibung zu diesem Video vorhanden. Jetzt haben wir Williams schon angesprochen, da könnte Piastri unterkommen, vielleicht sogar mit der Dreingabe von Renault-Motoren, Renault-Power-Units. Mercedes will vielleicht nicht mehr so viele Teams beliefern und Renault sucht händeringend nach einem Kundenteam. Aktuell gibt es mit Alpine nur das Werksteam. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, ihn unterzubringen, Nicolas Latifi zu ersetzen, der von den Leistungen her alles andere als überzeugt und insgesamt zwar Geld mitbringt, aber am Ende vielleicht nicht so viel einfährt, wie er da mitbringt. Und auf der anderen Seite Alex Alvin, durchaus gute Leistungen dieses Jahr gebracht. Könnte man ein zweites Jahr mit reingehen. Red Bull, Christian Horner hat vor einiger Zeit gemeint, wenn sie ihn brauchen würden, dann hätten sie die Möglichkeit, ihn zurückzuholen 2023. Bei Red Bull wird es nicht passieren. Und solange Yuki Tsunoda weiterfährt, auch nicht bei Alpha Tauri. Aston Martin, auch immer ein spannendes Thema. Über Lance Stroll müssen wir in dieser Situation nicht diskutieren, aber nicht unbedingt, weil die Leistungen absolut perfekt wären. Sondern weil seinem Vater das Team gehört. Deswegen wird er sicher im Sattel sitzen und da auch weiterhin bleiben. Sebastian Vettel, wissen wir alle, läuft der Vertrag aus. Da ist jetzt die Frage, möchte er weitermachen? Möchte er mit Aston Martin weitermachen? Möchte das Team mit ihm weitermachen? Wir haben schon mal oft darüber diskutiert. Es gibt nicht wirklich viele Optionen für Aston Martin an gleichwertigen Fahrern, die sie holen könnten. Piastri wäre einer, aber da ist auch wieder die Situation, wollen sie das? Wie sieht das Mercedes mit einem Konkurrenten, der dann wieder diese Power Unit fahren würde? Also nicht unbedingt das Ganze. Dann wäre noch die Variante, wenn Daniel Ricciardo McLaren verlassen würde, aus eigenen Stücken, was er aber dementiert hat, oder dort gehen müsste, wäre er frei. Vom Namen her, als Grand Prix-Sieger durchaus ein Ersatz für Sebastian Vettel und passend für Aston Martin. Aber solange das nicht klar ist, gibt es nicht wirklich viele Alternativen, die Aston Martin in dieses Auto anstelle von Vettel setzen könnte. Das heißt, sie müssen jetzt versuchen, das Auto zu verbessern und Vettel zu überzeugen, hey, es macht Sinn, mit uns weiterzumachen und noch mal mindestens ein Jahr dran zu hängen. Ansonsten wurde öfter mal Mick Schumacher auch genannt. Vom Namen her wäre das natürlich auch ein Aushängeschild, zumindest vom Nachnamen Schumacher. Aber die Kombination Schumacher-Stroll, ich weiß nicht, ob das so ideal wäre in der nächsten Saison für Aston Martin als Werksteam mit diesen Ansprüchen, die sie aber auch erst mal vom Auto mit der Performance untermauern müssten. Und zwei Teams bleiben uns jetzt noch. Einerseits Haas, nämlich wo Mick Schumacher aktuell fährt. Sein Vertrag läuft am Ende dieser Saison aus. Zuletzt zweimal in die Punkte gefahren. Das ist ein gutes Zeichen, dass er dort vielleicht doch weitermachen kann. Das Team hat jetzt noch mal ein Update. Bei den nächsten Rennen in Ungarn und befindet sich zumindest jetzt bei den letzten schnellen Strecken im Aufwärtstrend. Deswegen würde ich sagen, die werden sich zusammenraufen und Mick kann weitermachen. Alternative wäre vielleicht ein anderer Ferrari Junior, wobei da sich auch nicht so wahnsinnig viel anbietet. Kevin Magnussen, sein Teamkollege, hat ohnehin, als er zurückgekehrt ist, in diesem Winter einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben. Das heißt, da ist ohnehin alles klar. Der wird auch nächstes Jahr bei Haas fahren. Und dann bleibt uns nur noch ein Team. Alfa Romeo. Da sitzt Valtteri Bottas sicher im Sattel. Der hat auch einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben, als er in der Winterpause von Mercedes gekommen ist. Er will das Team mit aufbauen, als Leader sein. Wie er diese Situation erlebt, warum er sich dafür entschieden hat und wie es bislang gelaufen ist, hat er uns in einem Exklusivinterview verraten, das ich letzte Woche mit ihm geführt habe. Das lest ihr in der nächsten Ausgabe. Also denkt dran, wirklich diesen Link anzuklicken und das Heft zu bestellen. Und sein Teamkollege Joe, der ist Rookie in diesem Jahr, hat durchaus gute Leistungen gezeigt, auch viel Pech gehabt, drei Ausfälle, diesen Horrorunfall in Silverstone gehabt, wo er nichts dafür konnte. Natürlich fehlen bei ihm noch ein bisschen Punkte, aber es gibt durchaus die Möglichkeit, dass er weiterfahren kann. Dafür müssen die Leistungen jetzt in den nächsten Rennen allerdings stimmen. Alternativen gibt es durchaus. Mick Schumacher wäre es, wenn Ferrari ihn vielleicht hier unterbringen wollte, wobei zu entscheiden, wer aktuell besser ist, Haas oder Alfa Romeo, das ist alles andere als einfach in der aktuellen Situation. Beide haben ein bisschen Probleme. Bei der einen fehlt das Geld für Updates, bei den anderen gibt es Zuverlässigkeitsprobleme, nämlich bei Alfa Romeo. Das ist aktuell schwer einzuschätzen, wer nächstes Jahr wirklich die bessere Option wäre. Joe bringt natürlich auch noch Geld aus China mit, von seinen Sponsoren und gleichzeitig die vorhandenen Titelpartner bekommen natürlich dann auch etwas, was für alle dieser chinesische Markt wahnsinnig wichtig ist. Dadurch hat er auch noch mal einen Plus. Alternativ aus der Formel 2 wäre noch Purger zu haben, der auch sauber Junior ist. Aber mal sehen, ob das Ganze funktioniert oder am Ende das Geld das Ganze entscheidet. Und damit sind wir durch. Alle zehn Teams, das könnte das Fahrerfeld für nächstes Jahr sein. Was glaubt ihr, wer wird nächstes Jahr noch zusätzlich hereinkommen, den wir jetzt nicht genannt haben? Wen würdet ihr als Teamchef eines dieser Teams verpflichten? Wen würdet ihr vor die Tür setzen? Verratet es uns in den Kommentaren und dann freuen wir uns schon, wenn es nächste Woche wieder losgeht mit der Formel 1 beim großen Preis von Frankreich.